Hallo und willkommen zum zweiten Teil von dem Video mit unserer wunderbaren kleinen Tesla-Spule. Ich habe das ja das letzte Mal schon gezeigt, ich habe ja hier mit dem Handy schon mal Musik gemacht und hat es jetzt nicht großartig was geändert daran, ich habe jetzt hier mal unser bekanntes USB-Mikroskop dran. Wir hören die Musik, da kommt immer noch Musik raus aus dem Lautsprecher und wir wollen uns jetzt ja das Ganze mal so ein bisschen EMV-technisch betrachten. Eine Tesla-Spule an sich ist ein Schwingkreis, die schwingt mit einer gewissen Frequenz, mit einer gewissen Eigenfrequenz. Da spielen so ein bisschen die induktiven und die parasitären Kapazitäten eine Rolle von dieser Spule und entsprechend schwingt es dann in einer gewissen Eigenfrequenz. Wir haben ja bei so einer Tesla-Spule ein krasses Entwicklungsverhältnis, die blaue unten hat der 2-3 Turns, das Kupferlack-Draht-Konstrukt, das dünne, hat ja ungefähr so 350, das heißt wir haben so 1 zu 100 in etwa, so plus minus ein bisschen was, das heißt wenn wir vorne 1 Volt AC reingeben würden, würden wir hinten 100 Volt AC Wechselspannung rauskriegen, wahrscheinlich geben wir halt irgendwie 20 Volt AC vorne rein, kriegen hinten 2000 Volt, 3000 Volt raus, weshalb wir auch diese wunderschönen Blitze und so weiter sehen. Schaltplan verlinke ich euch denke ich mal unten in der Videobeschreibung von der Tesla-Spule, könnt ihr mal reinschauen wie das ungefähr aufgebaut ist. Wir haben diese Audio-Frequenz, die aufmoduliert wird, die hört man ja auch hier eben jetzt in unserem Glied, das wir hier haben. Das Ganze, wie wir ja gesagt haben, strahlt natürlich ein bisschen ab und da haben wir jetzt ein kleines Problemchen. Abstrahlen ist ja immer ziemlich uncool, weil da gibt es immer irgendwelche Leute, die sich dann beschweren könnten. Aus dem Grund guckt man sich sowas ja normalerweise im EMV-Labor an, da habe ich auch ein paar Videos, die verlinke ich euch auch, damit ihr wisst worum es da geht. Diese Störaussendung, was diese Platine zum Beispiel macht, kann man vorab auch schon mal daheim sich angucken. Dazu habe ich jetzt hier von Rigol mal eine Nierfield-Probe, ein Nierfield-Probe-Set zur Verfügung gestellt bekommen, passend eben zu dem wundervollen Rigol-Ostsee, das ich aktuell hier als Leihgabe habe. Und was ist jetzt so ein Nierfield-Probe-Set? Es ist ein relativ teures Teil, ich weiß nicht, wie teuer das ist. Und da hat man dann quasi vier Nierfield-Probes drin, mit dem Kabel, mit dem Adapter und dann eine große Schleife, eine kleinere und zwei ganz kleine Nahfeld-Sonden, mit denen man dann einfach Fehler und so weiter suchen kann oder Störquellen, Ausstrahlquellen suchen kann auf der Platine. Dazu gibt es auch ein kleines Produktblättchen, wo dann auch nochmal beschrieben ist, wofür welche Sonde gebraucht wird, wofür man welche Sonde verwenden kann und auch was für eine Charakteristik diese Sonde jeweils hat. Man muss ja grob wissen worum es geht und was man macht und was man messen will. Oder wenn man was misst, dass man auch grob weiß, was misst man da. So, das Ganze können wir jetzt ganz toll mit unserem Ostsee mal uns angucken. Dazu stecke ich einfach das mitgelieferte Kabel an Kanal 1 an. Und ich nehme jetzt einfach mal die größte Nierfield-Sonde. Die hat hier einen großen Ring, das ist eine große Ringantenne, da kann man sehr guten magnetischen Fluss detektieren. Wenn wir uns das Ganze jetzt am Ostsee mal anschauen, sehen wir nur, wenn wir das Teil einschalten und wir gehen schon mal in die Nähe von unserer Tesla-Spule, kann man es mal relativ gut erkennen am Ostsee. Da geht schon was ab. Also da kriegen wir schon mal einen Pegel. Und zwar gar nicht mal allzu kleinen Pegel. Wenn wir jetzt die Musik noch dazu einschalten, sehen wir auch, wie dieser Pegel mit der Musik mithüpft. Die Aktualisierungsrate ist nicht ganz so schnell genug, deswegen könnt ihr es euch jetzt hier nochmal kurz angucken, live im Ostsee-Bild. Und jetzt hier nochmal den Großer, aber der Aktualisierungsrate ist leider nicht schnell genug. So, da kann man jetzt schon mal gut erkennen, da passiert was, da wird auch was abgestrahlt. Jetzt weiß man natürlich in dem Fall, ja klar, das ist eine Tesla-Spule, natürlich strahlt diese Tesla-Spule ab. Man kann dann mal mit einem Nahfeld-Sensor, mit einem besseren, kleineren Nahfeld-Sensor rangehen. Könnt ihr zum Beispiel hier unten mal auf die blauen Kabel gehen, auf die blauen Windungen. Da sieht man dann, ja, da bewegt sich auch so ein bisschen was. Wenn man jetzt mal direkt hier zur Spule hingeht, sieht man auch, da bewegt sich was. Wenn man jetzt Richtung Transistor geht, sieht man, da bewegt sich weniger. Also da muss man dann keine Angst haben, dass da was abstrahlt. Man kann auch mal aufs Kabel gehen direkt. Da wird wenig abgestrahlt. Stromkabel wird auch wenig abgestrahlt. So könnte man die Fehlerquelle oder die Ausstrahlfehlerquelle ein bisschen eingrenzen, woran das liegen könnte. Das Ganze jetzt so natürlich, wenn wir uns das jetzt hier angucken, ich bleib mal bei der großen Sonde, weil die einfach am schönsten und am besten was misst, weil die einfach großflächig misst. Wenn man sich die anguckt, kriegt man jetzt hier ein zuppelndes Bild und eigentlich wirklich was anfangen kann man damit jetzt nicht. Das sind irgendwelche wirren Frequenzen. Wenn man da mal die Zeitbasis runterdreht oder die Zeitbasis hochdreht, das sind irgendwelche wirren Frequenzen, wirklich ein sinnvolles Bild hat man da, glaube ich, nicht. Das Ganze natürlich jetzt hier in unserem wundervollen Zeitbereich. Wenn wir jetzt im Zeitbereich nichts erkennen können, hat uns ja der Gott der Elektrotechniker eine wunderbare Funktion zur Verfügung gestellt, und zwar die Fourier-Transformation. Wenn wir das Ganze jetzt einfach mal Fourier transformieren, kriegen wir natürlich schon mal was Sinnvolleres raus. Denn in der Fourier-Transformation kann man sehr gut erkennen, wir haben irgendwelche Spitzen in unseren Werten drin. Und diese Spitzen entsprechen jeweils einer Frequenz, wo dieser Störstrahler eben ausstrahlt. In unserem Fall haben wir jetzt hier ganz viele Spitzen. Wenn ich die Musik dazu einschalte, ändert sich an den Spitzen gar nicht mal was. Ist auch gar nicht verwunderlich. Diese Spitzen kommen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, einfach aus dieser Eigenresonanzfrequenz von eben dieser Tesla-Spule. Und die Musik ist ja ein sehr niederfrequentes Signal. Das sehen wir jetzt da in diesem Frequenzbereich. Wir gehen ja hier gerade bis 250 MHz hoch. Da würde man das zum Beispiel auch gar nicht wirklich sehen. Das wäre so etwas, wo man jetzt diese Nahfeld-Sonden einsetzen könnte. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Schaltung hätte mit einem Mikrocontroller oder so etwas, und man hat in der EMV-Kammer Probleme, weil das Ding bei 12, 16, 24 MHz so eine Mikrocontroller-Taktfrequenz stört, dann kann man auch mal mit einer Nahfeld-Sonde hingehen und eben direkt auf Mikrocontroller drauf tippsen und gucken, strahlt dieser Mikrocontroller ab oder nicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es überhaupt diese blöden Normen und warum stört uns das Ganze eigentlich oder warum müssen wir uns das Ganze betrachten? Jetzt ist es so, dass natürlich sich die Leute, die das gemacht haben, wahrscheinlich schon was überlegt haben dabei. Und was die sich so dabei überlegt haben, kann man jetzt an der Tesla-Spule wundervoll erkennen. Wenn ich jetzt hier mal einschalte, hört man ja die Musik, die hier eben über diese Funken ausgestrahlt wird. Drücken wir mal kurz auf Pause. Ich habe hier ein kleines Funkgerät, ich habe kein Radio. Ich habe einfach kein Radio, also keinen analogen FM-Radio habe ich nicht mehr. Wenn man jetzt dieses Funkgerät mal einschaltet, kann man mit diesem Funkgerät Radio hören. Also so rein theoretisch. Irgendwelche Radiosender reinkriegen. Jetzt ist es allerdings so, dass ich jetzt hier zum Beispiel bei 88,4 MHz, also irgendwo mitten in der Radiofrequenz, einen Vollausschlag habe. Ist ein bisschen merkwürdig. Fragt man sich, wo kommt jetzt dieser Vollausschlag wohl her? Weil eigentlich habe ich hier keinen Sender in der Nähe. Wenn ich jetzt hier auf Play drücke, kommt plötzlich die Musik aus meinem kleinen Radio raus. Und ich glaube, man hört das, das ist sogar eine relativ gute Qualität. Und die Musik kommt hier raus. Die kommt auch noch hier hinten raus. Und wahrscheinlich kommt es auch noch, wenn ich im Badezimmer bin raus. So weit habe ich es jetzt noch gar nicht probiert. Aber die kommt da definitiv raus. Und das Ganze macht natürlich jetzt schon Probleme. Weil wenn man nämlich jetzt irgendetwas Gerät in Betrieb nimmt und hat keine Prüfung dafür und das strahlt irgendwo aus, hat irgendeine Störausstrahlung an irgendeiner Stelle, wo es den Nachbarn beim Radiohören stört, dann ist das ja noch ganz okay. Dann wird sich der Nachbar beschweren oder man hat das Ding ja eh nur selten an und dann denkt sich der Nachbar, ah, Radio spinnt, ist ja nicht so wild, wird es schon wieder gehen irgendwann. Wenn man bösen Nachbarn hat oder Funkarmateure als Nachbarn hat, dann kann es sein, dass man denen einfach das Wochenende versaut, weil die funken wollen und die rufen da zum Beispiel die Bundesnetzagentur an und die würden das dann überprüfen kommen. Und dann wird einem das Gerät eingezogen, weil das eben irgendwo abstrahlt, wo es nicht abstrahlen darf oder halt eben auch in einem gewissen Pegel abstrahlt. Man hat irgendwelche Grenzwerte. Diese Grenzwerte und so weiter, habt ihr alles im EMV-Video schon gesehen, misst man natürlich vernünftig und mit einem rechtsgültigen Messprotokoll in so einer EMV-Kammer dann, damit man aber schon vorab mal gucken könnte, kriegt man dann irgendwann mal so ein bisschen ein Gefühl. Ich meine, wenn man mal mit so einer Sonde irgendwo hingeht, dann sieht man ja, wie viel strahlt die ab oder wo strahlt die ab. Man kann den Fehler auch mit so kleinen Sonden relativ gut eingrenzen und kann dann mal irgendwelche Maßnahmen treffen, um zu gucken, ob man dann da irgendwie ein vernünftiges Ergebnis hinkriegt, dass man eben die EMV-Prüfung dann auch schafft. Ja, das glaube ich gerade mit dem Radio und mit der Anzeige, dass halt eben das Teil nicht nur hier an diesem funkenden Ton erzeugt, und auch eben breitbandig in allen möglichen Frequenzen abstrahlt. Habt man, glaube ich, relativ gut gesehen in dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Wenn ich noch mal irgendwas anderes mit so Nahfeld-Sonden machen soll, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein, dann kann ich mal überlegen, ob ich da irgendwie noch eine andere Idee habe, was ich da mal herzeigen könnte. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao. ... Untertitelung des ZDF, 2020